Der große Lieblingsschlager Award in Geraberg, moderiert von Anita Hofmann. Sechs Künstler treten am 4. Juni zum Open Air gegeneinander an. Der Gewinner erhält eine Musikproduktion, eine Videoproduktion sowie eine Einladung in eine TV-Sendung. Als zusätzliche musikalische Gäste freuen wir uns auf Melanie Peier. Der Gentleman des deutschen Schlagers, Danny Buller. Danny Schönemann mit seiner neuen Single. Das Festival am 4. Juni 2023 in Geraberg.